Ja, da darf sie schon stolz sein. Die erste Berlinale-Auszeichnung für die deutsche Jüngregisseurin Anne-Sora Beraschett. Sie erhält den Preis der Gilde Deutscher Filmkunsttheater. Mit 24 Wochen liefert sie den einzigen rein deutschen Beitrag für den Wettbewerb der 66. Berlinale. Die Newcomerin erzählt die Geschichte eines Paares, das sich entscheiden muss, behindertes Kind zur Welt bringen oder Abtreibung. Ich möchte ganz konkret wissen, was wir jetzt tun können. Sie können nichts tun. Zu direkt, zu distanzlos, ja sogar exhibitionistisch sei dieses Drama, hatte es von einigen Kritikern geheißen. Doch jetzt hat offenbar genau dieser Erzählstil Beraschett überzeugt. Mit Julia Jentsch und Bjarne Medel in den Hauptrollen gewinnt 24 Wochen vor der Entscheidung über die silbernen und goldenen Bären am Abend zumindest schon einmal einen der Preise der unabhängigen Jurys. Ein gutes Zeichen? Ich muss Ihnen sagen, es ist ja nun so, dass ich, ich finde ja, wir sind die Gewinner sowieso schon. Weil ich hätte das nicht gedacht, dass wir mit, das ist ein Abschlussfilm, ein Diplomfilm, und wir sind im Wettbewerb der Berlinale. Und dieses Thema ist uns so wichtig und das ist auf so eine große Leinwand gekommen und ist so vielen Zuschauern zugänglich gemacht worden, dass ich finde ja, egal was passiert, also ich bin total glücklich. Bleibt die Daumen zu drücken, dafür, dass der einzige deutsche Wettbewerbsfilm auch am Abend bei der großen Galapreisverleihung erfolgreich sein wird. Ich bin total glücklich. Ich bin total glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020